Hey Internet und Youtube, zurück bei Lara. Lara, wir gehen. Oh shit. Shhh, mein Text. Shhh. Shhh. Lautloser Kill, Baby. Lara, Baby. Wie war das? Was welche Taste war das? F? E? Oh yes! E? Gott! Yes! Hahahaha! Drei Leute! Dann werden alle sterben. Alle schauen sie weg, oder? Okay, du? Bist tot. Du? Bist tot. Oh shit. Und du? Bist tot. Und du? Du steckst dich genau hinter dem Licht. Ah, 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 ah! Nein! Daneben! Das war ein Kopfschuss! Lass los, Lara. Ups. Okay. Exzellent! Exzellent! Gib mir die Sachen. Bergungsgut ohne Ende. Wie brauche ich? 400 irgendwas, oder? Mal wegen einem Upgrade. Mindestens über 400. Ich rede einfach nur zu, als würde ich mich auskennen. Auf jeden Fall, ist hier sicher irgendwas. Nichts. Doch! Dankeschön. Oh, ich muss hier rauf. Okay, aber ich will hier rein. Ich will zuerst hier rein. Liegt schon eine Weile hier. So fast so aus wie bei The Ring. Voll! Noch immer. Oh shit! Oh! Oh! Was machst du hier? Sterben? Okay. Irgendjemand geht hier rum. Okay, ich höre Schritte. Und ich sehe niemanden. Das ist wieder typisch. Und ich tauchte genau vor mir auf, oder? Würde mich ja nicht wundern. Gib mir Bergungsgut. Ich will nicht die Fakle entzünden. Wieder ein Fähigkeitspunkt. So sieht's nämlich aus, Baby. 2 von 2. Könnte aus vielen der alten Bracks auf der Insel stammen. Ja. Könnte sein. Könnte tatsächlich sein. Wo du recht hast, hast du recht. Ich hab dich gehört, mein Freund. Pass mal auf, was jetzt passiert. Waffenmodizieren. Verbess... Yes! Ich bin so gut! Das ist ja schreckend! Schreckend. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Daneben, mein Freund! Eiskalt! Eiskalt daneben! Den muss also in Betrieb setzen. Wärgungsgut tut gut! Wärgungsgut tut gut! Where to go, mein Freund? Zierab? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Moment. Das Rätsel gleich gelöst. Hier! Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Oh. Ja, das war schön gesprungen, aber... Okay, jetzt. Oh Gott! Es ist eiskalt! Ja, jetzt zähre ich nicht so! Oh! 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 Was war das? Das ist ein Ventil, das muss ich ganz sicher betätigen! No one leaves. Okay, sag mal kurz leise YouTube mal sonst. Könntest du das leiser machen? Echt? Wofür brauchen sie das? Ohuhuhuhu! Explosion! Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir's die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen sie erst mal stehlen. Ich zitterei, ich zitterei! Ich wollte mir das Gespräch anhören. Ich wollte mir das Gespräch anhören. Ohhoho! Sorry! Auf Hilfe! Oh shit! Warte, hier! Verdammte Ra... Hast du ein Glück! Hast du ein Glück! Ehrlich. Was ist das? Was ist denn das schon wieder? Okay, woher kriegt Feuer? Ich muss das anzünden! Ich muss es einfach tun! Hier! Und Berg muss gut! Das ist nämlich aus! Was ist passiert? Oh! Ungläubige! Okay. Transparente zerstört Okay, alles klar Ich verstehe Absolut nicht Oh shit, was? Oh shit! Was machst du hier? So ein Gravuzi, Gravuzi Sack Komm rüber, Lari Lari, Fari And now And now Hier oben rüber Was soll ich aufheben? Was hab ich genommen? Was Was zum Ja, ich verstehe Na, wird schon Sinn ergeben, oder? Das war grandios Nichts ist passiert Genau wie ich mir das gedacht habe So Ein Raum Oh okay, Ventil Ich bin der Ventilmeister Oh shit Oh shit Soll ich wieder zurück? Ich geh Oh, wieder zurück Ach so Das Ventil Wartet Wartet Pass mal auf Was jetzt passiert So So sieht's aus Oh shit Hier ist Ich kann auch sicher Hier mit dem kann ich nicht ein Feuer entzünden, oder was? Na, wie geht's? Na, wie geht's? Oho Lara hat eine neue Waffe Sexy Beende Maschinengewehr Ich soll's beenden Bitte Töte mich einfach Du kannst leiden Wie wär's damit, mein Freund? Gefällt dir die Option? Okay Shut up Nee, dafür wirst du erst recht leiden Kratz langsam ab So sieht's nämlich aus Feldbericht der Expedition Er kann auf Pause drücken und das durchlesen Ich Hab keine Zeit Ich muss töten Aber nicht ihn Er muss leiden Bist du jetzt schon tot, oder Krächst du noch vor dir hin? Verdammt, das ging zu schnell No! Oh shit Ach, F Keine Deckung, Baby Wo ist der Explosions? I need Explosions Der lebt noch immer Okay, vielleicht hätte ich die zuerst abschießen sollen I don't know exactly But Oh no, wie komm ich jetzt nicht mehr zurück? Doch Da waren doch noch diese Diese blödsinnigen Dinger zum abfackeln Oder? Oder komm ich dann wieder andersrum Zurück I don't get it jetzt Und zwar war das Wartet Okay, hier kann ich auf jeden Fall gleich das Ding hier entzünden Richtig Du warst hier Okay, perfekt Nehmen wir das mit Ich bin mir absolut sicher Dass das absolut keinen Sinn ergibt Okay Okay Okay, Augen auf Ja Hier sind sie Number two Fünf Scheiße Okay, das war der zweite Streich Der dritte ist hier zugleich Give it to me Ja, so sieht's nämlich aus Weck mit euren Transparenten Keine Chance Okay, ich brauche das nächste bitte Was? Was? Okay, danke Jetzt wird erstmal gesammelt Kling, kling Kling, kling Habe ich was übersehen? Wie konnte denn das passieren? Wahrscheinlich übersehe ich gerade noch 10.000 Sachen Ah nein, hier vorne ist noch ein Hier ist es Ne, das ist Wow Oh shit Oh fuck Das war die falsche Taste Ne, das war einfach keine Munition Okay Huh Oh man, ich dachte, dass da vorne wäre so Ein Block Oh fuck Halte Machen wir Oh no Bin mir sicher Außerdem gibt's hier oben Gibt's hier oben auch noch einen Weg Hier geht's auch noch rein Verdammt Wer ging's gut? Wovon Dieser Insel Lauter Psychos Lara Ist völlig egal Hier ist eins Oh Gott sei Dank Gott sei Dank Ich hätte damit gar nicht anfangen sollen Weil ich jetzt Wenn ich jetzt eins übersehe Warum blinkst du? Okay, das ist nur ein Lichteffekt Wenn ich jetzt das eine übersehe Kotzt es mich wahrscheinlich tierisch an Und dann kann ich mir anhören Hier ist super Du hast die ganze Zeit hier verschwendet Mit dem blödsten Ding draus am Rennen Das letzte übersehst du Oh, das ist ein Oh Yes Fähigkeitspunkte So sieht's nämlich aus Give it to me Was gibt's hier noch? Wirken sie irgendwann Das interessiert mich jetzt weniger, oder? Überleben Tierische erhalten sie da Um schwer zu finden Tier- und Nahrungsquellen Zusässige Das hatte ich Okay, verbessertes Berg Und das ist Zusässige Belohnungen Klingt nicht schlecht, natürlich Pfeile wieder Find ich auch nicht schlecht Zusässige Munition Ah, da brauche ich wieder die anderen Okay Ziehen sie ihre Pfeile aus Aber es gibt so viele Pfeile hier Muss man kämpfen Da brauche ich das andere Shit Gehen wir zum Jäger Geht nicht Okay, dann gehen wir auf Überleben Lass es gut sein Und So ein Tierkater Wann mache ich denn das? Gar nicht Das Bär muss gut Okay, ich nehme das hier Pfeile wiederfinden All right Nun kann ich dann Zusätzliche Munition finden Okay Supi Okay Warum steht hier neben Anfänger? Was soll denn der Mist? Gib mir die Ausrüstung Jetzt Machen wir Bogen ist leider Bogen ist leider Die End Oh mein Gott Großraummagazin 15 zusätzliche Kugeln Gepolsterter Schämpft Stabilisierung Erhöhen das Nachleidertemper Oh shit I don't know Was habe ich hier noch? Der Salbenmodus interessiert mich weniger Erhöht damit den Schaden Dann gib mir das ja Exakt Und da habe ich schon nicht mehr Genug Genug Nicht mehr Genug Material Okay Oh das kann ich nehmen Dann gib mir das mit dem Dose im Magazin Dankeschön Großraummagazin Fürs Gewehr Exzellent I see Nehmen wir schon mal 30% 10% Perfekt Und wir sehen uns im nächsten Part wieder Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss